Wir, dankenswerterweise durften wir das, in einem Raum gewesen, ich würde mal sagen 15 Quadratmeter, zugestellt mit drei Betten, dann war da noch ein kleiner Schrank drin. Man sieht deutlich Schimmel an den Wänden, das Ganze wirklich runtergekommen und es ist ein Zustand, den möchte man wirklich niemandem wünschen. Das ist der Zustand, in dem die Leute da jetzt wohnen und das scheint ja auch schon erkennbar einige Jahre lang so zu sein. Insofern war das einem schon tiefgehender Eindruck eben. Hat Sie das überrascht? Nach den Erzählungen, die ich bis jetzt gehört habe, hat es mich nicht überrascht, aber es ist etwas anderes, ob man etwas erzählt bekommt oder ob man es selber sieht und schon deswegen hat sich das Warten hier belohnt. Wie verbreitet es in so einem System, wenn Sie sagen, das geht schon einige Jahre so, ist das jetzt ein Ausnahmefall? Dann ist das schon wieder standen.